doch jetzt nämlich auf geht's ach du scheiße doch wer ist denn wer ist denn alles da ja wie heißt du denn in game ich bin thc's game channel erst mal und ich bin lady lucina wie immer okay ich muss ich konnte den menschen machen natürlich liegt es da dran ach du scheiße leute ich mir mal sagen was hier los ist wieso ja wie enttäck ich die denn also wann treffen wir uns hier ja ich würde euch gerne mal treffen aber irgendwie ja den strand müsst ihr einfach rechts langlaufen kommt irgendwann so ein kleiner boss den besiegt ihr ganz einfach und dann kommt ihr in so ein kleines dölflein und da warten wir auf euch ich sterbe aber gerade aufzustellen was für charaktere spielt ihr gerade so und ja jeder erzählt einfach seine dinge okay micha micha spielt den templar die kevin ist der angler ranger okay und sarah ich bin ich kann ja nicht kaputt machen wie mache ich den kaputt du hast so eine kleine waffe damit können sie von entfernung und rücke geht gar nicht geht nicht mache ich das wie lange dauert das bis wir in der gruppe spielen können wir sind schon in der gruppe wir müssen dann werden zu sein kommen ihr müsst einfach rechts laufen und so ein piech besiegt ja ich muss spinnen töten dafür war einfach scheiß drauf aber ich glaube aber die ganze zeit nach rechts den strand der lange konnte gar nicht verfehlen dauert vielleicht zwei minuten dann sagt mir doch erst mal wie ich mit meinem scheiß fernkampf scheiße hier doch so eine wand oder wand oder so steht da halt bei der waffe bei einem stab ja ganz klein ich kann auf die fressen vor dem legst du an dann kannst du mit der links wenn du mit links auf den gegner kriegst von entfernung haut hier von entfernung drauf mit dem die kann ich gar nicht gar nicht anlegen dann wirst du keine rutschen er hat nix im inventar die er hat sich schon angelegt also von entfernung draufhauen es geht nicht das ging aber mir auch jetzt sind auch noch meine potzler hey das kann doch nicht ach so verstehe das nicht ok ja der ist tot ja fetter scheiß was denn was ist das ich bin ja krass imba echt nö aber ich wäre gern oh ich bin fast tot das kriegst du schon nach hinten und wann ich werde gleich von dem schwarzen mit einem riesen schild und einer keule begrüßt und von niemanden der so aus wie ein angler ok hätten die ganze wiese wagen der mütze auf oder so ein langbart und die ganze zeit nach rechts laufen ja die ganze zeit kriegst du musst du nachher grillrock oder so besiegen du kannst hit und run machen ja 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 leute ich bin hier ich kann nicht von der ferne schießen wie kann ich denn von der ferne schießen ich verstehe das wenn du von hinten auf das Viech mit links draufklickst gedrückt hältst man kann doch bestimmt mit shift ja oder shift shift dann irgendwo hinklicken dann machst du automatisch angriffe dahin geht nicht ich mach nur so box angriffe ja dann hast du keine waffe ausgerüst ja ja wo hab ich die denn ich hab keine fucking waffe drück mal auf i nein hab ich nicht ja dann drück mal z ja ganz am anfang z dann liegt ne waffe auf dem boden da wo du an den strand gespült wurdest genau an den musst du aufheben ach dann sagt mir das doch es ist doch genauso wie ein diablo ich bin jetzt in der stadt drinnen wir müssen noch einen einladen boah dieser schwarte hier hat übertrieben leckere waden riken muss noch kevin einladen was kevin einladen wie heißt der denn demoni was ja stehe jetzt hier in der stadt drinnen oder stehe an dieser stash drinnen geht nicht du musst mir den namen schreiben wir sind wahrscheinlich nicht in der gleichen area ja warte schreibt ja oder heißt du wie boomers na 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 mit v oder wamzi demoni gut ich hab grad fett beute gemacht was brauchst du mana ja kriegst du hier in dein feld also 5 kann auf jeden fall in der party sein sind wir nämlich gerade ja 6 geht auch noch oh ich lionis lion eyes what oder wo muss ich hin ich sehe euch ja genau da ja ich sehe euch dann müsstest du in unsere area kommen und zwar hier oder nicht bei uns hier wie kommt man dann auch ach wie kommt man dann auch fetter scheiß ey wie kann man Sachen entsockeln rechtsklick drauf das war's ja rechtsklick auf mich ja rechtsklick auf mich dann nimmst du den sockel raus lol dann kannst du irgendwo anders reinpacken es gibt nachher sowas wie supportsockel dann sind die auf dem item verbunden dann kannst du in den einen richtigen sockel reinhaut und in den anderen supportsockel dann wird der andere sockel nochmal verbessert ok ja das solltest glaube ich für den anfang reinhaut ich hole mir eben was zu essen obwohl ich stehe hier afk rum ihr könnt ja labern so jetzt bin ich wieder da ich muss aus der unsere sexuellen lager im knisternden feuer nicht mitbekommen ne habe ich wohl verpasst schade was ist mit den knisternden aber ich habe jetzt guck mal ey jetzt ist meine axt noch mein stapp noch größer gesprollen ja erregt so äh wieso kommt der aus deiner hose wo muss ich denn raus wohin wut einmal in teresa rein und wieder zurück in wein eis damit du in die gleiche area wie wir kommst ah ok dann können wir uns einmal aufstellen deine fans begrüßen ein paar ein paar grüße aussprechen andriore 3 du 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 hast mehr das zeug hier für THC's game channel als ich wo und jetzt wo muss ich hin also jetzt ist schlecht ich habe den hässlichen helm auf ich setze ihn dann kurz ab einmal durchs portal und dann wieder zurück bin ich doch echt weil du bist gar nicht bei uns nö ich bin dann müssen wir zu viert hier nochmal raus und wieder rein go boah ja das ist ein bisschen nervig naja bitte ne ja so jetzt bin ich mit simoni agasas ich bin nicht bei euch in der gruppe nö wahrscheinlich müssen wir aber doch eigentlich schon ich habe sie hier nicht gehalten kick von party du bist drinne also lass mal alle teraces gehen gehen wir alle teraces rein Mama ma what macht ihr denn hier ja wir müssen auf den talen warten komm zurück ich bin doch hier ja aber du bist nämlich nicht bei uns doch du bist wahrscheinlich in unserer gruppe wo sieht man das denn bei uns in der Gruppe bist du, current party sind friends, current party ja, ihr seid hier und in Therese bist du schon reingegangen in dieses Portal ich mach's mal eben nochmal Therese oh, da bist du doch, da bist du ja, ich bin ja, dann lass uns jetzt da nochmal alle reingehen hast du alle Quests angenommen? ich weiß es nicht, Moment ja, dann lassen wir alle rein jetzt, go die Xe, oder? ne, 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 ich hab's nicht alle ich soll jetzt alle aufstellen ich bin hier ganz links ich bin alleine ja, dann komm rein, Mann na, weiß doch komm doch mal rein ich bin THC's Game Channel ich bin auch immer alleine das wäre jetzt natürlich lästig wenn man nur zu viert in einer Area sein könnte es ist, wir haben gerade über 5 naja, aber nicht in der Stadt nicht in der Stadt wir waren draußen zu 5 ja, dann lass sie wieder raus ja, dann nimmt alle Quests an und dann go ich hab alles häng ich am Loadscreen fest, oder? also, ich weiß nicht mein Spiel ist, glaub ich, abgeschmiert ach so, sag doch ja, dann liegt's da dran ja ja, ich hab die Races rein ja, ich hab die Races rein